Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation. Ich bin Verena König und ich freue mich von Herzen, dass Du da bist und dass Du Dir Zeit nimmst zu lauschen. Es geht endlich weiter mit neuen Folgen und ich freue mich so sehr hier zu sitzen und die Zeit zu haben, wieder etwas Neues aufzuzeichnen. Meine Zeit in der Schreibwerkstatt ist nun vorüber. Ich habe mein Buchmanuskript abgegeben bereits am 1. April, aber da wir immer ein bisschen vorproduzieren, komme ich erst jetzt wieder hier sozusagen hörbar aus der Schreibwerkstatt. Und das war ein ganz, ganz schöner Prozess. Das Buch erscheint am 15. September und ja, ich danke allen lieben Menschen hier aus der Hörerschaft, die mir gute Wünsche geschickt haben, mich motiviert haben durchzuhalten und die bekundet haben, dass sie sich auf das Buch freuen. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt in dieser Folge. Heute geht es um ein Thema, was mir aus der Hörerschaft zugetragen wurde. Und zwar geht es um die Herausforderung, mit Traumafolgen im Alter konfrontiert zu sein. Los geht's. Viel Freude beim Lauschen. Ich wäre tatsächlich neugierig zu erfahren, was Du bei der ersten Konfrontation mit diesem Thema, das ich hier benenne, für Dich empfunden oder auch gedacht hast. Je nachdem, in was für einem Lebensabschnitt Du gerade bist oder Deine Eltern gerade sind, wird Dich das wahrscheinlich unterschiedlich berühren. Auch Dein beruflicher Kontext wird hier vermutlich einen Unterschied machen. In jedem Falle, wenn Du mit alternden oder alten Menschen zu tun hast oder selbst in die Lebensphase eintrittst, wo Du alterst und alt wirst in diesem Wortsinne, kann es sein, dass Trauma und Traumafolgen vielleicht sogar ganz unvermittelt plötzlich eine Rolle spielen. Ich möchte gerne zum Einstieg eine Zuschrift vorlesen von einer Teilnehmerin meiner Ausbildung zur neurosystemischen Integration. Das ist eine Weiterbildung im traumasensiblen Coaching. Und ja, diese Frage bildet einfach sehr gut ab, worum es geht. Ich lese einmal vor. Ich beobachte es bei meinen Eltern, dass da, wo früher Frieden war und sie es kompensieren konnten, jetzt Gereiztheit und Ohnmacht und Unfrieden sind. Dasselbe erzählen mir viele Freunde in Bezug auf ihre Eltern. Ich fände es wunderbar, wenn es für die ältere Generation dazu einen Podcast gäbe, wo sie verstehen können, was in ihnen gerade geschieht. Und wo Betroffene, zum Beispiel Kinder, die oft Menschen mittleren Alters sind, erfahren, wie sie ihre Eltern darin gut begleiten können und unterstützend da sein können. Die Hörerin spricht hier Verschiedenes an, einmal die betroffene Gruppe und die Begleitenden. Und natürlich sind beide Gruppen in unterschiedlicher Art und Weise aber gleichermaßen herausgefordert. Es ist eine Beobachtung, die auch in Fachkreisen inzwischen ganz solide Raum greift, dass im hohen Alter vor allem, aber auch schon in Alterungsprozessen, in der Lebensphase, wo sich sozusagen der letzte Lebensabschnitt offenbart, häufig Trauma eine große Rolle spielt. Auch in der Gerontopsychiatrie, also im psychiatrischen Zweig, der sich um alte Menschen kümmert, gibt es sehr viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens keine psychischen Auffälligkeiten zeigten, aber dann im hohen Alter mit Traumafolgestörungen, völliger Disregulation, Angst- und Panikstörungen und schweren Depressionen betreut werden müssen. Das Bewusstsein darüber, dass hier Trauma eine große Rolle spielt, ist inzwischen weit verbreitet in Fachkreisen und es gibt auch inzwischen spezielle Angebote und auch in diesem Bereich wird Personal häufig geschult. Wahrscheinlich leider immer noch viel zu wenig, aber es tut sich was. Und das, weil es nötig ist. Was geschieht hier? Wieso geschieht es so vielen alten, alternden, älteren Menschen, dass sie so spät im Leben plötzlich mit Ereignissen aus vielleicht ihrer Kindheit und früheren Phasen ihres Lebens so massiv konfrontiert werden? Ein ganz wesentlicher Aspekt der Dynamik, die hier sichtbar wird, ist die sogenannte Dekompensation. Dieses Wort beschreibt ganz einfach, dass Kompensation nicht mehr gelingt, dass also Kompensationsmechanismen und Strategien, vielleicht sogar ganz unbewusste, nicht mehr ausreichen, um auszugleichen, wofür eben die Kompensationsstrategie da ist. Wenn beispielsweise ein Mensch sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat und keine Pausen gemacht hat, um die eigene innere Unruhe nicht zu spüren, dann wird es unter Umständen sehr eng und schwierig, wenn man dann in Ruhestand geht und diese Kompensationsstrategie nicht mehr geleistet werden kann. Also, die Dekompensation ist ein wesentlicher Faktor und die Gefahr der Dekompensation steigt im Alter aus ganz verschiedenen Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Zunächst möchte ich noch auf etwas hinweisen, was wohl in dieser Epoche hier gerade eine Rolle spielt, nämlich, dass sehr viele Menschen, die jetzt alt werden, die Kriegskinder waren, wenig gelernt haben, was nicht mit Kompensation zu tun hatte. Also, sie haben gelernt zu kompensieren und das richtig gut. Das war sozusagen die unausgesprochene Übereinkunft kollektiv, dass man kompensiert, statt zu zeigen, zu agieren, zu leben, zu durchleben und damit sozusagen sichtbar zu sein. Also, Kompensation war ein Ersatz für Sicherheit, für eine ganze große Gemeinschaft, für ein Kollektiv. Es ist interessant, von dieser Perspektive einmal darauf zu schauen, weil es nicht falsch ist, wenn wir kompensieren. Niemals im Leben ist es falsch, wenn wir kompensieren, sondern Kompensation gibt uns immer auch die Möglichkeit, trotz Belastung etwas zu entwickeln, also wirklich im Sinne eines Ausgleichs, etwas zu bewirken. Und ganz interessant ist eben dieser Aspekt, dass eine ganze Generation oder mehrere Generationen zur Kompensation sozusagen erzogen wurden. Ganz grob gesagt, die Kompensationsstrategie, statt unter Symptomen auf der emotionalen Ebene zu leiden, wurde gemeinschaftlich daran gearbeitet, das unterm Deckel zu halten, gut zu funktionieren, sich auf Aufbau und Stabilität, auf Sicherheitsbildung zu konzentrieren und sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Kompensation ist also ein Ersatz für Sicherheit, was bedeutet, dass hinter der Kompensationsstrategie eine sehr große Unsicherheit oder Angst oder Not oder auch uralter Schrecken und Horror verborgen sind. Was passiert also jetzt im Leben alternder oder alter Menschen, was zur Dekompensation führen kann? Altern ist nichts für Feiglinge, ist ein sehr treffendes Sprichwort. Im Alter, auf der Lebenswegstrecke, die Richtung Vollendung und Abschluss zielt, gibt es sehr viele Veränderungen, über die wir wenig sprechen und die aber enorm tiefgreifend sind. Beginnen tut das Ganze vielleicht bereits, wenn es um den Renteneintritt geht. Da wird häufig von Alter gesprochen. Bereits hier beginnt sozusagen eine Zeit, ich nenne es mal bewusst so, wobei es vielleicht ein bisschen negativ klingt, aber auch eine Zeit der Verluste. Nicht nur eine Zeit der Veränderung, sondern auch eine Zeit der Verluste. Wenn man sich nicht darum kümmert, das in einem guten Sinne zu kompensieren, also auszugleichen, kann es passieren, dass man viel verliert und eben nichts von selbst dazugewinnt. Man muss sozusagen etwas dafür tun, um etwas dazuzugewinnen im Angesicht dessen, was man verliert. Wo ich etwas vorweg greife, wo ich später noch drauf komme. Was ist das mit den Verlusten? Also, Menschen, die ins Rentenalter eintreten, verlieren häufig ein Gefühl von Wichtigkeit. Gerade Menschen, die sich sehr über ihren Beruf und ihre Leistung identifiziert haben, können hier regelrecht in eine Identitätskrise geraten. Wer bin ich, wenn ich nicht wichtig bin, wenn ich nicht nützlich bin, wenn ich nicht leiste? Da kommen häufig Selbstwertthemen zum Vorschein, die eben bis jetzt kompensiert wurden. Wenn man weiter altert, dann kann es sein, dass das eigene soziale Netzwerk kleiner wird. Menschen, die altern, erleben häufig einen sozialen Rückzug. Sie sind nicht mehr so agil, vielleicht auch durch gesundheitliche, körperliche Themen. Der Radius wird kleiner. Der Radius der eigenen Lebendigkeit verkleinert sich, was auch wiederum einen Verlust darstellen kann. Das alles kann auch dazu führen, dass das Gefühl der Selbstbestimmung kleiner wird. Man ist mehr angewiesen auf die Hilfe anderer. Das ist etwas, was so viele Menschen überhaupt nie gelernt haben, Hilfe anderer anzunehmen oder um Hilfe zu bitten. Das ist häufig dann eine Art Verlust von Würde, eine Art Verlust von Selbstbestimmung, der ganz tief an dem eigenen Gefühl von Autonomie in diesem Leben rühren kann. Es schrumpfen häufig auch Freiheiten, eben aus den genannten Gründen. Die körperliche Ebene spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Das ist etwas, was jungen Menschen, jüngeren Menschen häufig erst sehr spät bewusst wird, wie sehr es einschränken kann, wenn der Körper Grenzen zeigt. Wenn man bemerkt, dass die Kraft weniger wird. Wenn man bemerkt, dass man zu einer schwachen Gruppe gehört nach einer Weile, zu einer schwächeren oder schwachen Gruppe. Das alles fordert heraus, ein Selbstbild, was bisher bestanden hat, zu wandeln. Das bisher bestehende Selbstbild zu öffnen für eine Veränderung. Wenn in diesem Selbstbild, mit dem man durchs Leben gegangen ist, viel Kompensation steckt, also viel Überdecken und Ausgleichen von tiefen Selbstwertverletzungen beispielsweise, dann kann es sein, dass das richtig, richtig schwierig wird, sein Selbstbild zu verändern. Wenn Autonomie beispielsweise ein Stück Sicherheit gegeben hat und man sich als autonomen Menschen selbst begreift, dann kann es furchtbar schwierig sein, plötzlich zu erleben, dass die Autonomie eingeschränkt wird durch das Alter und die ganzen Nebeneffekte, die es hat. Hier sind Menschen also sehr herausgefordert, die Veränderung, der sie sozusagen unterworfen sind, anzunehmen und zu schauen, wie auch immer das Beste daraus zu machen ist, worauf ich dann noch komme. Natürlich spielen auch Verluste nahestehender Menschen eine große Rolle. Das Drohen der Vergänglichkeit wird im Alltag präsenter. Nahe Menschen, Freunde, Bekannte versterben. Und diese nahende Endlichkeit kann auch dazu beitragen, dass sich Ängste entwickeln, dass sich Depressionen entwickeln. Und natürlich ist der Verlust eines nahestehenden Menschen, mit dem man vielleicht einen ganz großen Teil seines Lebens verbracht hat, immer ein unbeschreiblich einschneidendes Erlebnis, was zum Leben gehört, aber wo man trotzdem in eine absolute Überforderung geraten kann und in jedem Falle mit einem Lebensveränderungsprozess konfrontiert ist, wie er kaum größer sein könnte. All diese Faktoren, die ich jetzt genannt habe, sind also Belastungen, die zu einer Dekompensation beitragen können. Vieles, was ich nicht aufgezählt habe, kann hier auch noch dazu gehören. Und ich habe mich jetzt mal auf die Klassiker sozusagen beschränkt und auch auf die Dinge, die man vielleicht aus einer generellen Sicht verallgemeinert sagen kann. Wenn nun also eine Dekompensation passiert, was geschieht denn dann mit den Menschen? Wie ich bereits beschrieben habe, kann es passieren, dass sich Symptome entwickeln, die diese Menschen von sich vorher nicht kannten, die vielleicht sogar ganz fern ihrer Natur waren. Häufig dreht es sich dabei um Ängste. Manchmal entwickeln sich generalisierte Angststörungen, also das Gefühl von allem und überall bedroht zu sein. Häufig ist es sehr schwer, alleine zu sein. Und das Alleinsein wird als bedrohlich und angstmachend empfunden. Und häufig entwickeln sich depressive Symptomatiken, also Empfindungen der Hoffnungslosigkeit, der tiefen Traurigkeit, der Antriebslosigkeit, der Erstarrung im Emotionalen und auch in der Bewegung. Es ist, als würde die Lebendigkeit weichen und als würde jemand ergrauen im bildlichen Sinne. Leider ist es auch häufig so, dass Menschen von tatsächlich alten traumatischen Erfahrungen eingeholt werden und sich Flashbacks entwickeln, also dass ein Wiedererleben, innerliches Wiedererleben entsteht, Bilder auftauchen, intensive Erinnerungen sich aufdrängen und diese natürlich verbunden sind mit sehr viel Angst, Schmerz und Leid. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist der, wenn beispielsweise Menschen dement werden. In der Gerontopsychiatrie ist das bekannt, dass Menschen, die dement werden, häufig in psychische Zustände geraten, in denen sie von ihrer Vergangenheit regelrecht verfolgt und gejagt werden. Früher hat man das nicht so sehr in Zusammenhang gebracht mit Trauma. In den letzten Jahren erkennen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, deutlich, dass hier häufig alte traumatische Erfahrungen wieder hochkommen, die die Menschen in ihrem dementen Zustand auch nicht mehr einordnen können als schon vergangen, sondern die sie wirklich als hier und jetzt präsent erleben, was extrem leidvoll ist. Also, man könnte sagen, dass generell all das, was nicht verarbeitet ist und was man vielleicht geschafft hat, ein Leben lang unterm Deckel zu halten, was man geschafft hat, zu verdrängen und zu kompensieren, indem man sich zu einem starken, lebendigen, vielleicht sehr arbeitswütigen, ganz wachen und tatkräftigen Menschen entwickelt hat, dass all das einem wieder vor die Füße fallen kann, wenn man in eine gewissermaßen schwächere oder geschwächte Position hineingerät. Trauma, Traumafolgen können auch erst nach vielen, vielen Jahrzehnten entstehen. Man nennt das die Late-Onset-PTSD, also die späteinsetzende posttraumatische Belastungsstörung. Und hiermit komme ich vielleicht zu dem Punkt oder zu der Frage, was kann man denn tun, sowohl als selbstbetroffener Mensch als auch als Familienangehöriger Mensch oder sonst begleitender Mensch. Ganz generell ist es so, dass bei Traumafolgen es so, so ratsam ist, fachliche Unterstützung zu holen. Wenn beispielsweise ein intrusives Wiedererleben eintritt und Menschen plötzlich verfolgt werden von alten Erinnerungsbildern aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend oder aus ihrem Erwachsenenleben, das schon lange zurückliegt, dann ist es sehr wichtig, möglichst schnell eine traumaspezifische therapeutische Begleitung zu bekommen. Denn man kann mit, besonders mit Bildern, die auftauchen, sehr gut arbeiten. Je deutlicher die Traumafolge also aufs Trauma zurückzuführen ist, desto klarer ist, dass man eine traumatherapeutische Begleitung suchen sollte und desto, ich sage es mal so, klarer ist auch das, was zu tun ist, desto leichter lässt sich herausfinden, welche Behandlungsmethoden helfen können und desto besser greifen sie auch. Also hier ist eine ganz, ganz starke Ermutigung, die ich aussprechen möchte, als Betroffener oder als Begleiter, Begleiterin, die das beobachtet, traumatherapeutische Unterstützung zu suchen. Wenn die Symptome diffuser sind, es also eher in die Richtung geht, dass Ängste sich ausbreiten, eine depressive Symptomatik sich ausbreitet, dann wäre es ebenso wichtig, sich psychologische, psychotherapeutische Hilfe zu holen, damit auch eine Diagnostik stattfinden kann. Das ist wichtig und hilfreich, um eben auch herauszufinden, womit man es zu tun hat. Was ist los im Leben dieses Menschen und was ist los in seinem Körper, der mit seiner Psyche aufs Ängste verknüpft ist? Also grundlegend ist das Erste, was ich sagen möchte, was man tun kann, Hilfe suchen. Fachliche Hilfe suchen. Es ist so wertvoll, wenn es gelingen kann, in dieser Lebensphase das, was sich zeigt, behutsam annehmen und sich hinwenden zu können. Das kann einen sehr, sehr heilsamen Effekt haben, auch noch auf die ganze Familie. Es ist sehr berührend, was ich teilweise schon bezeugen durfte. Ich habe schon teilweise mit alternden und auch sehr alten Menschen gearbeitet, die häufig durch ihre Kinder bei mir in der Praxis landeten. Und es ist sehr, sehr berührend mitzuerleben, was auch innerfamiliär geschehen kann, wenn das, was scheinbar nur belastet, sich dann entpuppt als etwas, was Entlastung für alle bringt. Wenn man einen Blick auf das Trauma wirft, behutsam, in einem Prozess, ganz achtsam und eben auch fachlich korrekt, dann kann es sein, dass sich auch eine ganze Lebensgeschichte noch einmal rückwärts anders verstehen lässt. Dass also auch Kinder, die vielleicht ein Leben lang unter den Kompensationsstrategien ihrer Eltern gelitten haben, eine Entlastung erfahren, weil sie mehr verstehen. Schweigen ist an dieser Stelle sicherlich keine gute Idee. Sich verschließen, was vielleicht ein Reflex sein könnte, ist vielleicht auch keine so gute Idee. Wenn etwas im Inneren aufbricht, dann braucht es Halt. Dann braucht es einen Rahmen, in dem es Platz finden kann. Deswegen ist das Schlimmste, was man tun kann, damit alleine zu bleiben oder sich zurückzuziehen. Was man tun kann, also Hilfe holen, Unterstützung holen, in der Familie im Gespräch sein, sich liebevoll, so gut es geht, zuwenden, das sind schon mal ganz wichtige Dinge. Außerdem ist es hilfreich und wichtig, wenn man sich bewusst macht, dass man in einem sehr vulnerablen Lebensabschnitt unterwegs ist und dass man sich bewusst damit auseinandersetzt, was die eigenen Ressourcen sein können. Was gibt mir als alterndem und vielleicht schon altem Menschen mit den entsprechenden Einschränkungen Freude? Was gibt mir Freude? Was gibt mir Halt? Was gibt mir Inspiration? Wo kann ich mich spüren als diese kraftvolle Person, die ich bin, auch wenn meine Möglichkeiten sich einschränken? Welche sozialen Kontakte tun gut? Wo kann ich mich gebraucht und willkommen fühlen? Gebraucht fühlen ist wirklich etwas Wichtiges. Das ist nicht in irgendeinem Sinne negativ zu besetzen. Wir lieben es, gebraucht zu werden, weil wir es lieben, zugehörig zu sein und weil wir es auch lieben, zu geben und zu empfangen. Und gebraucht werden bedeutet auch, eine Wichtigkeit zu haben in einer Gesellschaft, in einem System. Es hat also nichts damit zu tun, sich aufopfern zu wollen oder eine wichtige Tuerei leben zu wollen, sondern gebraucht zu werden ist ein Jungbrunnen und ein Lebenselixier. Wenn man also selbst in dieser Lebensphase ist, ist es sehr, sehr hilfreich. Das kann man aus dieser noch jüngeren Perspektive natürlich ganz leicht sagen, aber es ist erwiesen hilfreich, dass man sich aktiv darum kümmert, gegen die naturgegebene Einschränkung, die sich nach und nach entwickeln wird, anzugehen. Anzugehen und nicht in dem Sinne, dass man sie bekämpft, sondern in dem Sinne, dass man schaut, wie kann man schlau und wenn man es ein bisschen nett sagen möchte, elegant drumherum seine Lebendigkeit erhalten, seine Würde erhalten, seine Selbstbestimmung erhalten, seine Autonomie erhalten, einen schönen Radius, der zwar kleiner ist, aber lebendig ist, erhalten und die eigene Gesundheit erhalten. Und wie schon gesagt, die Frage, wie man sein Selbstbild daran anpassen kann, ohne dass es etwas verliert, ist auch eine Aufgabe. Begleitende Kinder, Familienangehörige können einen ganz großen Dienst dazu beitragen, wenn sie beobachten. Wir haben eine große Gabe in unserer Beobachtungsfähigkeit. Und Menschen, die zusammen zu einem Familienverbund gehören, sofern der einigermaßen sicher und wohlwollend ist, können sich sehr, sehr gut beobachten, weil sie einander kennen. Und wenn wir also als Kinder beispielsweise bei unseren Eltern sehen, dass sie Gewohnheiten ändern, dass sie vielleicht eine Art Bitterkeit entwickeln, wenn wir sehen, dass sie sich zurückziehen, dass sie Themen meiden, dass sie ausweichen, dann können wir gut daran tun, wenn wir uns ein Herz fassen, am besten ein warmes Herz und offensiv uns kümmern. Offensiv kümmern ist vielleicht ganz gut ausgedrückt. Also uns wirklich anbieten und einladen und uns auch verstehen als möglicherweise ein Vermittler oder eine Art Bindeglied oder eine Art Brücke in die Lebendigkeit. Besonders nach Verlusten von Ehepartnern, Lebenspartnern und Partnerinnen kann es sein, dass wir als Kinder, auch wenn wir selbst jemanden verloren haben, wirklich diejenigen sind, die Halt geben können, um der Person, die den Verlust im Alltag so sehr spürt, zu helfen, nicht in einer Dekompensation zu stranden, sondern eine Veränderung zu vollziehen, die ihnen gut tut. Ganz wunderbar ist es natürlich auch, wenn es inklusive Projekte und Ansätze gibt, wenn Menschen im Alter nicht vereinsamen. Dafür können sie selbst etwas tun und auch jüngere Menschen können etwas dafür tun, um alternde, alte Menschen nicht auszuschließen. Altersdiskriminierung ist auch ein ganz furchtbarer Teil unserer Gesellschaft, der wirklich, wie ich finde, ganz grauenvoll ist und dem gegenüber wir sensibel sein dürfen und sensibler werden dürfen, um dem auch etwas entgegenzuwirken. Also im Grunde geht es wieder einmal unterm Strich um Verbundenheit. Das, was Halt gibt, das, was Sicherheit gibt, das, was uns hilft, auch ganz spät im Leben, wenn viele Verluste und Abschiede bevorstehen, was uns hilft, da zu bestehen und nicht in die Dekompensation zu schlittern, sondern vielleicht sogar ein Stückchen zu heilen und zu integrieren, ist unterm Strich Verbundenheit. Verbundenheit gibt Sicherheit und Sicherheit ist das, was wir brauchen, um uns wohl zu fühlen, gesund zu sein und gesund auf allen Ebenen zu altern. Ich wünsche mir, dass niemand mit seinen frühen Traumatisierungen im Alter allein gelassen wird. Und ich verneige mich vor all den Menschen, die sich in dieser Lebensphase befinden und die sich damit auseinandersetzen, diesen Weg zu finden, ein lebendiges und buntes Leben zu führen, vielleicht auch heute durch das, was alles sich verändert, mit ihrem Trauma konfrontiert zu sein oder den Traumata konfrontiert zu sein und trotzdem mit dem Leben verbunden zu bleiben. Ich hoffe, dass ich der Frage meiner Hörerin ein wenig gerecht werden konnte in diesem großen Feld, in diesem speziellen Thema. Und ich hoffe, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass wir selbst, wenn es einmal so weit ist, in dieser Lebensphase bewusst ankommen können und dass wir all jene, die in dieser Lebensphase vielleicht sehr gefordert sind, unterstützen können, sie gut und schön zu gestalten. Es lebe die Verbundenheit und der Zusammenhalt und die Integration von dem, was vielleicht ein Leben lang keinen Platz hatte. In diesem Sinne beende ich diese Folge und danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit. Wenn du etwas für dich mitnimmst aus dieser Folge oder wenn du meinen Podcast generell schätzt, dann habe ich heute tatsächlich eine kleine Bitte an dich oder vielleicht doch eher eine Einladung zur Unterstützung. Wir haben uns wieder beworben für den Deutschen Podcastpreis. Diese Auszeichnung zu erlangen, würde dem Podcast verhelfen, noch mehr Reichweite zu generieren, sodass noch mehr Menschen mit dem Thema Trauma und Traumafolgen in Kontakt kommen könnten und dieses Wissen sich noch weiter verbreiten könnte. Wenn du gerne mithelfen möchtest, dann folge dem Link, den du in den Folgennotizen findest und stimme für diesen Podcast ab im Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn wir das schaffen würden, ein wenig Aufmerksamkeit hierhin zu lenken und würde mich von Herzen freuen, wenn du das unterstützt. Ich danke dir sehr für dein Lauschen, für deine Zeit, für dein Vertrauen und ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind und wünsche dir eine liebevolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.